So, herzlich willkommen zu einem kleinen Update und einer kleinen Chartanalyse zu den Wasserstoffaktien, weil wie viele von euch vielleicht auf dem Ticker gesehen haben oder in den News gelesen haben, sind die Wasserstoffaktien heute im Allgemeinen eingebrochen und ich möchte kurz darauf eingehen, woran es liegt. Aber bevor ich natürlich weiterrede, das Intro. Und nicht zu vergessen, den Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaus- oder Verkaufsempfehlung ist und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. Ja, wir hatten, wenn man sich so den Chart anschaut, und ich gehe mal in den Stundenchart rein, dann sieht man es genauer. Das ist jetzt Ballard Power, die amerikanische Börse, die hat ja erst vor ein paar Stunden aufgemacht. Ich habe einen Stundenchart, eine Kerze, eine Stunde. Und ihr seht hier, ein großer Satz nach unten, Nähe genauso, sogar noch ein bisschen größer. Es sah eigentlich alles ziemlich gut aus heute, am heutigen Tag. Genau so wie bei Power Cell, gleiches Bild und Plug Power sieht genauso aus. Ja, auch Hexagon, woher finde ich es denn hier? Ja, auch massiv. Wir sind jetzt hier auch überall schon überverkauft im Stunden-RSI. Das heißt, ja, also die Tendenz zeigt wieder kurz, also ganz, ganz kurzfristig wieder nach oben, dass wir eine kleine Gegenbewegung sehen, nach schon diesem, nach diesem extremen Move. Und ja, woran lag das jetzt? Manche werden es vielleicht schon gehört haben. Es kamen Neuigkeiten heraus von, eigentlich war es so mehr oder weniger Nihil, der Auslöser, beziehungsweise sein Partner, Nikola Motors. Und ja, Nikola Motor, diese Firma, mit der Nihil zusammenarbeitet und für die Nihil auch die Infrastruktur baut und die Elektrolyse macht, die haben eine Veröffentlichung getan. Und zwar haben sie Nihil eigentlich, ja, nur nicht erwähnt. Also sie haben kein Wort über Nihil verloren, sondern haben sich eigentlich mehr über die Batterie geäußert. Und zwar, ihr könnt es hier auf dem Aktionär zum Beispiel nachlesen. Es gibt bestimmt viele andere Newsportale, die das auch berichten. Ja, man hat hier einen Erfolg bei der Batterie gehabt und wodurch die Reichweite von Elektroautos quasi verdoppelt wird, ohne die Größe signifikant zu steigern. Das mag jetzt in erster Linie natürlich positiv sein für die Batteriebranche und dementsprechend hat dann, ja, weil Panik in den Markt eingedrungen ist kurzzeitig, ja, haben die Wasserstoffaktien oder die Brennstoffzellenaktien haben natürlich gelitten. Jetzt ist es halt wieder mal so, dass, wie im Allgemeinen auch, es ist die Psychologie des Marktes und eigentlich nicht des Marktes, weil der Markt ist ja, hat ja keine Psychologie, sondern die Psychologie hat der Mensch, der Mensch macht den Markt. Und diese Psychologie ist halt immer so darauf geprägt, dass wir schnell die negativen Sachen oder vermeintlich negativen Sachen mehr Gewichtung zuteilen als jetzt den positiven. Und wenn wir uns zurückerinnern, wer so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat für die Wasserstoffbranche, da kamen reihenweise gute Nachrichten, Aufträge für viele Unternehmen. Und ja, dann kam halt einmal eine vermeintlich schlechte Nachricht. Ich sage auch gar nicht, dass es schlecht ist. Also in meinem Auge finde ich, es ist auf jeden Fall überreagiert. Man sieht hier auch den Tweet vom Chef von Nikola Motor, dass man hier, also Zero Change of Hydrogen Fuel Cell Plans, ja, also an den Plänen mit der Brennstoffzelle hat sich an der Batterie nichts geändert. Und ja, man darf auch nicht vergessen, dass die Batterie ist nun mal für, ich sage mal, kleinere, leichte Vehikel, das sind Personenwagen, sind die durchaus sinnvoll. Auch natürlich, wenn man jetzt wirklich diese Reichweite schafft, bei dem gleichen, gleicher Batteriegröße, dann spricht es natürlich mehr für die Batterie. Aber im Schwerlastbereich, Trucks, Züge, Schiffe, Drohnen, da hat die Brennstoffzelle einfach, ich würde sagen, unschlagbare Vorteile. Denn ja, es ist einfach die Energiedichte. Man kann mehr Energie auf kleinerem Raum speichern und das bedeutet halt auch weniger Masse und weniger Masse bedeutet weniger Energieaufwand und das bedeutet mehr Reichweite. Ja, und das vergessen viele, viele, also ich sage mal, die breite Masse guckt dann nur, oh mein Gott, Nikola Motor, die waren auch immer so für Brennstoffzelle, jetzt schwenken die um auf Batterie. Nein, erst mal richtig lesen, was sie denn gesagt haben und das ist so eine klassische, also Fehlinterpretation des Marktes und was ich glaube, dass wir hier so einen starken, schnellen Rücksetzer sehen, vielleicht auch noch morgen, aber dass der sich relativ schnell erholen wird und für die Leute, die langfristig natürlich daran glauben oder auch mittelfristig, für die ist es eine super, also eine einmalige Gelegenheit nachzukaufen, so günstig, vielleicht kann man so günstig bald erst mal nicht mehr kaufen. Aber wie gesagt, keine Finanzberatung, das nicht vergessen. Ja, ich möchte auch hier nochmal kurz zeigen, also das war ja der Artikel, der Artikel kam am Nachmittag raus, ja hier, man sieht es, 16 Uhr, 16 Uhr und 19 und genau den gegenteiligen Artikel haben wir hier, der kam gestern, jetzt fliegt Wasserstoff richtig und da ging es primär natürlich um Drohnen und dementsprechend war das sehr, sehr positive News für Ballard Power und Plug Power und ja, das scheint natürlich alles vergessen zu sein von heute auf morgen, der Markt oder beziehungsweise die breite Masse der Marktteilnehmer ist doch etwas vergesslich. Ja, wie sieht es im Chart aus, also generell, wir sind sehr, sehr stark gelaufen und eine Korrektur ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Ballard Power, wenn wir uns den Wochenchart anschauen, wir sind eine Linie nach oben, ohne mal signifikant oder ein bisschen länger zurückzusetzen oder zu konsolidieren. Fibonacci Tool, Klassiker für Korrekturen. Ihr seht hier, eine Korrektur bis 4 Dollar, 70 wäre sogar noch normal und würde den Aufwärtstrend nicht brechen. Genauso, natürlich wäre es sinnvoll, da wir den wichtigen Widerstand über 6 Dollar geknackt haben, dass wir den auch halten, weil sonst kann es auch wirklich sein, dass es ein Fake-Out war, dieser kleine Ausbruch hier und dass wir dann doch schon auf jeden Fall dann, wenn wir das nicht halten sollten, auf jeden Fall, also für Ballard Power jetzt speziell, hier die 21-Wochen-Linie, die grüne Linie kennt ihr ja, wichtiger Support, habt ihr ja hier in der Vergangenheit auch schon gesehen, den sollten wir halten. Ja, ich kann es euch nur empfehlen, das in euren TradingView-Account zu machen, hier diese drei gleitenden Durchschnitte und Volumen, das sind so meine Einstellungen. Link für TradingView findet ihr auch immer, wie immer, findet ihr das auch in der Beschreibung. und ja, also wie gesagt, also es ist keine Panik und man muss es im großen Bild betrachten und das große Bild sieht ja sehr gut aus. Es ist ein Aufwärtstrend, in dem befinden wir uns, ein langfristiger Aufwärtstrend und es ist kein Grund zur Panik, von dem her nicht kurzsichtig handeln, vielleicht erstmal einen Tag warten und so, aber wie gesagt, ich glaube nicht, ich glaube, das ist relativ schnell, so wie hier zum Beispiel. Ja, das war der Widerstand, wir sind hier dran gestoßen und schnell zurück, haben uns super schnell wieder erholt, kann auch genauso gut jetzt hier passieren, wir können hier ein, zwei Tage, bumm, runter, Support, jetzt als, also Support testen und dann wieder genauso schnell nach oben. Das ist auch ein durchaus plausibles Szenario, was ich so, glaube ich, sogar präferieren würde oder was mir am wahrscheinlichsten, was ich für am wahrscheinlichsten erachte. Ja, Neil ist natürlich direkter betroffen, weil es deren direkter Partner ist. Wir sind jetzt hier im Tageschart, wir wollten gerade hier oben ausbrechen, und ich habe ja gemeint, wenn wir über 85 Euro Cent sind, dann, ähm, kann ich auch hier drüber gehen, ja, wenn wir hier über 85 Cent kommen, dann ist da eigentlich der Weg frei bis ein, bis ein Euro. Ja, der Markt ist natürlich immer auch von News getrieben und, ähm, wenn sowas plötzlich, plötzlich veröffentlicht wird, dann kann es natürlich trotz aller charttechnischer Signale auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Ähm, hier wurden wahrscheinlich auch zum einen oder anderen vielleicht ausgestoppt. Ähm, ja, es ist, es ist immer noch ein Aufwärtstrend, wenn man es hier langfristig auch betrachtet, ja, wir sind hier, äh, das ist der Wochenchart und hier geht es eigentlich nur, erkennt es nur eine Richtung. Ähm, ich glaube, eher kritischer wird es, wenn wir, ich muss mal schnell im Eurochart schauen, wenn wir ja unter 85 Cent gehen, dann, ähm, würde ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen, aber, solange wir da drüber sind, ist alles im Rahmen einer Korrektur, einer Seitwärtsbewegung. Wir befinden uns auch noch in der Seitwärtsbewegung. Ähm, hier ist auf kurzfristiger Sicht im Wochenchart, ja, wir haben hier diese, ähm, ja, das war hier der Zwischenfall mit der Tankstellen-Explosion, haben wir uns auch super schnell erholt und ich finde hier, diese Tankstellen-Explosion war viel, ähm, ich sag mal dramatischer als jetzt, äh, die Nachricht, äh, ich muss kurz laden, äh, also so eine Tankstellen-Explosion ist viel dramatischer als jetzt, ähm, dass, hier was über die Batterie veröffentlicht wurde, mehr war es ja nicht. Ich meine, man hat auch nichts Schlechtes über die Brennstoffzette gesagt, man hat nur was Gutes über die Batterie gesagt und dann wird es gleich so, ähm, so interpretiert, als wäre es das, als wäre das das Ende der Brennstoffzette. Äh, in meinen Augen, ähm, übertrieben, wir sehen es ja auch so langsam, wenn wir hier ein bisschen Thema reinschauen, hier, ähm, das wurde super schnell wieder aufgekauft, hier das Kaufvolumen, Powercell sind wir jetzt hier, ähm, super starkes Kaufvolumen, ja, also es ist, ähm, da ist kein, da ist kein starkes, späerisches Momentum dahinter, auch hier, wenn wir es mal, ist ein bisschen näher, genauso näher, viel stärkeres Kaufvolumen, ja, es sind viel mehr Kaufinteressenten da als Verkäufer. Ballard Power, ähm, ja, das sieht jetzt ein bisschen schwächer aus, aber, ähm, ich glaube, das liegt daran, weil wir halt auch in der relativ nahen Vergangenheit so übergekauft waren, das heißt, wir mussten mal korrigieren und, ähm, das haben wir jetzt getan und das ist super gesund eigentlich für den Chart, und ich würde sogar, ich würde es sogar sehr begrüßen, wenn wir bis auf 6 Dollar nochmal runterkommen, das hier als Support testen und dann nach oben wieder steigen, über 6,60 zum Beispiel und hier wieder die alten Hochs erklimmen bei 7,30 Dollar und das wäre so die Bestätigung, dass der Aufwärtstrend auf jeden Fall weitergeht, ja, PowerServe, ähm, hier ein bullischer Hammer, jetzt in den letzten, in den letzten zwei Stunden, beziehungsweise vor zwei Stunden, ja, also sieht wirklich nicht schlimm aus, Plug Power, also sieht ein bisschen, äh, ja, ein bisschen krasser aus, wir können auch da mal ein bisschen tiefer reinschauen, ähnlich wie bei Ballard, ähm, eigentlich genau gleiches Spiel, wir waren hier am Widerstand, wir sind auch sehr heiß gelaufen im Tageschart, waren im RSI hier auch stark übergekauft, und jetzt korrigieren wir, wir testen wahrscheinlich nochmal hier den alten Widerstand bei 3,22 Dollar ungefähr die Range bis 3,15 Dollar, das werden wir als Support testen, und dann, ähm, ja, ich denke, ähm, wird es dann wieder nach oben gehen, sehr wahrscheinlich, ähm, naja, nichts ist, nichts ist sicher, aber fundamental sieht es ja wirklich gut aus, und es kommen eigentlich nur positive Nachrichten durch, ähm, schauen wir nochmal kurz Hexagon Composites an, ähm, also, ja, die Quartalszahlen waren ja mehr als super, jetzt haben wir hier den kleinen Rücksetzer, oder, ja, klein ist es ja nicht, aber schon den, den ordentlichen Rücksetzer gehabt, aber, ja, wir waren auch hier übergekauft, wir waren ein bisschen überreizt, nach oben hin, und wir mussten einfach mal ein bisschen abkühlen, die Gemüter, waren überhitzt, und jetzt sind wir wieder auf einem realistischeren Niveau, von dort aus, ähm, wieder langfristig unseren Trend aufwärts nehmen, also nach oben nehmen, äh, unseren Trend aufnehmen können, der nach oben geht, genau, ähm, soviel zu den Wasserstoffaktien, ähm, also nicht überreagieren, ähm, Korrektur kann durchaus noch ein bisschen weiter nach unten gehen, das ist alles, im grünen Bereich, alles gesund, für den, für den Trend, für den Chart, und bis dahin, bis zum nächsten Video, am Wochenende, denke ich, dann wieder, gibt es das neue Video von den Wasserstoffaktien, wenn wir, ähm, die restlichen Tage gehandelt haben, und das Chartbild ein bisschen klarer ist, jetzt muss sich der Schlachtennebel, sag ich mal, lichten, und dann werden wir, ähm, ein klareres, und aussagekräftigeres Bild haben, im Chart, bis dahin, wünsche ich euch alles Gute, und einen ruhigen Kopf, bis dahin, ciao. ... ... ...